Ich bin in einer Kiste! Oh nein! Nein, nein! Ich will nicht in einer Kiste sein! Oh nein! Sie dürfen mich nicht verschicken! Mich doch nicht! Ich krieg keine Luft! Ich krieg keine Luft! Die Dunkelheit breitet sich aus! Ich krieg keine Luft! Ich krieg keine Luft! Die Wände kommen immer näher! Ich bin so allein! So allein! Alex? Alex, bist du da drin? Marty? Yeah! Sag was, Kumpel! Oh, Marty, du bist da! Was ist los? Ist dir alles okay? Das sieht nicht halt so gut aus! Alex? Marty? Seid ihr? Gloria! Du bist ja auch hier! Wie schön! Dein angenehmes Tiss jetzt gehört! Was ist hier los? Wir sind seit dem Kästen! Oh nein! Was ist das? Klemmermen! Ich sag Mermen! Alles okay bei dir? Ja, doch! Alles gut! Einer Klass in Tomografie nötig ich erstmal! Das hier ist keine Klass in Tomografie! Na, wirklich? Nein! Nein, auch nicht! Das ist ein Umzug! In einen anderen Zoo! Ein Zoo Umzug? Nein! Nein, nein, das geht doch nicht! Aber tut du ein Team bei Dr. Goldberg. Ich brauche die Rezeption. Meldet mit mir, denn kein anderer Sohn kann sich meine Beziehung. Die Lieblingsversorgung leistet, und ich lasse mich nur vom Schlepp-Arf behandeln. Immer mit der Ruhe, Meldet. Glaub mir, es wird ja alles gut. Alles wird wieder auf Käse. Meldet, hier wird gar nicht so Käse. Nur deine Dinge. Bitte ruhig mir. Meine Dinge? Ich wüsste gar nicht, wieso das meine Schuld sein soll. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du, du hast den Menschen wirklich gewacht. Du hast in die Hand gewissen, Martin. Ja, in die Hand. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich könnte mich so öffnen, ich muss zugefitten in der Wirkung. Ja, ich bitte dich. Ich habe nicht verlangt, dass einer von euch mitkommt. Oder ist er doch? Da ist das Wahres dran. Was? Ich war ja dafür, dass ich die Frau, dass ich die Arbeit hier... Ach, Mermann, halt die Schlappe. Wo hast du diese Klausel in den Kopf gesetzt? Alex, halt Mermann, da bitte heraum. Danke, Gloria. Und außerdem, Alex, ist es nicht meine Schuld, sagt ihr uns verschenken? Mermann, das war reichlich. Wird dir jemand wissen? Ich zum Beispiel. Ach, Mermann, mir fehlt doch immer was. Das müssen wir wissen. Das ist ein älterer Klauskipper, den kann ich nicht entdecken. Du, höre Seuletier. Kannst du lesen? Nein. Aber Phil, der kann lesen. Phil? Ja. Das ist ein älterer Klauskipper. Ja. Das ist ein älterer Klauskipper. Ja. Ja. Vier kann. Danke. Und du hast die Eier-Klauskipper. Ich war der Sahne, der großartig ist, dass der Welt, ein King! Weil man ganz geliebt! Und du hast mir alles erlaubt! Geliebt? Wenn deine Weste nicht geliebt haben, dann nur, weil sie den wahren Alex nicht geklackt haben! Komm nicht rauf und hau euch beiden die Huckel voll! Und ich dachte immer, ich hätte den wahren Wachen und deinen wahren Wachen zu schreiben! Ich hielt mich in den Schaub! Sag uns! Ich hab keinen Sinn, Kipper! Ich kann den Kohn nicht! Ich will keine Ausreden! Ich will ergeben, ihr Fertz! Navigation! Und stopf in das Maul! Habt ihr gesagt? Dann wollen wir diese Sardinen bitte mal wenden! Ich bin glätsel! Ich bin glätsel! Oh, nein, Gloria, Mermet, Marty! Mermet, Marty, 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 come zurück, Marty! Oh, no, 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 no Martin, Melmen, Gloria? Martin, Melmen, Gloria! Martin, Melmen, Gloria! Martin, Melmen, Gloria, Martin, Melmen und Gloria. Untertitelung des ZDF für funk, 2017